Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren dummen Folge, aber es wird heute PvP geben, keine Angst, ich werde heute 1 gegen 1 machen, keine Angst, aber ich wollte euch gerade was zeigen, und zwar das hier, was ist das Blatt? Erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand, ok, schnelle Laufgeschwindigkeit, 2,8%, ok, erhöhter Schaden für diesen Gegenstand, 20% und erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand, hä? Alter, was habe ich verpasst? Meine Stats, meine Dingsbumse, guck mal hier, 66 Lebenspunkte auf einem Legi-Wächtergurt. Ist bestimmt jetzt in diesem Fall, beziehungsweise in diesem Patch, was weiß ich, in dieser Zeit, ist es bestimmt ein altes Stück Scheiße auf Doom, Alter, was keiner braucht. What the fuck, Mann, was sind das für, what the fuck, Blatt? Ja gut, 16% schnelle Laufgeschwindigkeit ist zwar jetzt nicht so wenig, aber begeistert mich trotzdem, Alter. Hier, erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand, erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand, erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand. Ja gut, ne? 18,8%, 10,9%, 10,9%, was ist das? Keine Lebenspunkte, nur erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand? Ah, nein! Basiswerte. Alter, die Basiswerte sind ja auch, guck mal, bei mir 14,14 Rüstungswert. Was ist das denn, griechischer Treffwert? What the fuck, Blatt? Ja gut, erhöhte Lebenspunkte auf diesem Gegenstand. Ich weiß nicht, ob man mehr als 673 haben kann, wenn man da jetzt geschliffene Dings reinpackt, Lebenssteine. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Also, ich werde es behalten, denke ich mal. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt geil ist oder keine Ahnung. Ich packe das mal kurz zur Seite. Ähm, vielleicht ist es ja auch geil. Schreibt es mal in die Kommentare, Kappa. Was ist das denn hier? Habe ich immer noch die Kacke? Ähm, lol. Ähm, ach ja, egal, scheiße drauf. So, was haben wir hier? Höherter Schatz für diesen Gegenstand? Höherter Lebenspunkte auf diesem Gegenstand? Es, es ist, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ja gut, das ist scheiße. Obwohl, Verzauberung 597 Lebenspunkte, na, nee, nee, es ist griechischer Schaden, brauche ich nicht. Verbeste Blockwerte auf diesem Gegenstand und Blockstärke. Höherter Schaden für diesen Gegenstand, 20, ja, kannst du in Mülltonen speisen, das brauche ich auch nicht. Höherter Lebenspunkte auf diesem Gegenstand, erhöhter Lebenspunkt auf diesem Gegenstand. Dafür noch 8 Schaden, 193 Lebenspunkte und 142 Rüstungswerte. 4 Lebenspunkte bekomme ich dazu. Ich habe jetzt 10, okay. Ja gut, nee, 500. 500 Lebenspunkten bekomme ich dazu. Hm, dafür natürlich schnelle Laufgeschwindigkeit. Boah, ich habe keine Ahnung, ey, Schüschgebab, Mann. Ich muss ja Drackensang wieder von Neulernen, ehrlich. Ja, erhöhte Schaden, juckt mich nicht. Erhöhte Schaden für dieses Gegenstand. 300, ja, hier knapp 1K Lebenspunkte bei meinem eigenen, ne, ist schon Cressorino. Aber wenn man vergleicht, 313 Lebenspunkte. Ich habe hier, habe ich eine Mille hier drin? Ich habe eine Mille Glüfen hier drin. Wenn ich hier eine Mille reinmache, wie Lebenspunkte werde ich dazu bekommen? Ne, wir sind bei... Warte, habe ich echt eine Mille? Blät, ich habe tatsächlich eine Mille Glüfen hier drin. Blät, gucke ich gerade richtig? Doch, 1.108.000. 5... Ah, wir sind schon 5 Millionen, Leute. Oder? Alter. Ich habe gerade ein bisschen zu viel geblättert. Hier. Dann würde ich 671 Lebenspunkte haben, 221 Rüstungswert insgesamt und 14 Schaden. Dazu muss man aber sagen, zählen diese 20% schon erhöhter Schaden? Ach, erhöhter Schaden. Ja, ja, vergiss es. Ich habe wieder falsch geguckt. Ist zwar geil, ich denke mal, ich brauche noch eine Geburtstags-Kacka, weil ich habe jetzt nicht so viel XP bekommen oder vielleicht ein bisschen Kacke farmen gehen oder so. Weil ich merke gerade, dass ich ziemlich geilen Shit bekomme. Also, Verbesserung auf jeden Fall für mein Equipment. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also, hier knapp 1K Rüstungswert. Erhält der Schaden, erhält der Schaden, erhält der Rüstung auf diesem Gegenstand. Na. Aber hier steckt auch eine Mille, ne? Also, in meinen steckt eine Mille. Ja, ist eine Überlegung wert. Erhält der Schaden ist nicht schlecht für mich, denke ich mal. Creature Schaden, erhält der Creature Treffwertung, Blockstärke, haha, okay. Ist auf jeden Fall nicht das, was ich will. Lebenspunkte, mehr Lebenspunkte, 360 Lebenspunkte. 500. Ja. Ja. Hier ist 439 Dings drin, ne? Ich kann noch nicht anziehen. Lelelelelelelelelele. Ich muss ein Level ab werden. ich glaube das behalte ich ist zwar 6 prozent zwar jetzt nicht so der bühne aber man kann damit leben wird der schaden für dieses gegenstand ich gucke irgendwie nicht so auf die standard auf die basiswerte ich weiß nicht ob die basiswerte schon drin sind leute hilft mich heraus alter sind die basiswerte schon drin oder nicht der beste blockwertung auf diesem gegenstand 0,1 ja 0,13 block stärke ist glaube ich jetzt auch nicht so der obwohl 0,13 man hier sieht 0,06 fährt er auf alle wieder schütze block wertung ja gut knapp eine mille ich kann das jetzt nicht ausprobieren schade aber packt trotzdem zur seite ich meine 360 rüstungswert warte wie viele waren hier ja der ist auf jeden fall besser muss ich gucken ob ich vielleicht mit 33 anderen schild nehmen also griecher schaden juckt mich nicht schaden lebenspunkte griecher schaden juckt mich auch nicht schnell aber geschwindigkeit schnelle angriff geschwindigkeit kritischer schaden juckt mich immer noch nicht angriffe blablabla unnötig was habe ich hier unnötig brauche ich nicht das war es anscheinend das mache ich mit 50 auf denke ich mal es kann ich einschmerzen ist wieder mal eine dumme folge leute ich weiß aber nicht nicht habe ich jetzt mein ding ist drin die sie bevor ich irgendwas weiß sein geschmolzen habe aber ist ja auch scheißegal wenn ich die glüften dazu bekommen bzw meine glüften wieder rausbekommen ist ja kein problem alles weg alles brauche ich nicht das kann ich ja eben behalten was das lebenspunkte warum habe ich das behalten verstehe ich nicht basiswerte es hat nicht mal basiswerte leute hat eigentlich ein ring basiswerte ja ein ring hat basiswerte der hat nicht mal basiswerte yo what the fuck man alter ist krass ist krass wie scheiße meine 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 ausrüstung ist guck mal basiswerte nur 64 rüstungen ja gut das geht ja noch ist schon krass ist schon krass hier leggi mit einem basiswert 96 rüstungswert ist schon ein bisschen krass also ich brauche auf jeden fall eine neue ausrüstung ist ja auch klar weil es dumm alter ist richtig dumm ich denke mal ich hätte schon 1000 dings mehr gewinnen können 1000 bvp mehr gewinnen können weil es kass wird an anguckt hier ist jetzt auch nicht so der obwohl 1295 block gewertung ein block stärke ich weiß nicht das lasse ich auch noch das passt erst mal ich glaube das werde ich wegschmeißen brauche ich nicht rüstungswert schon ist auch hier lebenspunkte erhöhte schaden schaden weg mir die scheiße braucht kein mensch 47 eier öffner habe ich vielleicht kann ich noch einen anderen knüppel mal benutzen für die pinata habe ich eigentlich pinata nee ich habe kein pinata messes bekommen naja gut ich will mal sagen ich mache jetzt zu ende der folge einen kleinen duelchen mal schauen ob ich weg gefistet werde oder nicht ich merke gerade dass meine grüne da sind die ok was schon wechseln war die aus ob ich was bekommen werde ist eine andere sache ich habe sogar ein wissens talent punkt mehr neues wo packen wir das hier mobilität rein damit herum habe ich nix stufe 32 ist jetzt nicht so der bürger net mit jok am nakoyim ok dauert ein bisschen länger als ich gedacht habe ich gehe mal kurz zu dem arena mal schauen da irgendwas geiles da ist ob jemand der mit dessen will ich brauche alle neuen steine und so weiter ehrlich jährlich 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 nix los keiner da keiner da nix los was habe ich hier so in rangliste ok sie so belohnung what the fuck man wenn man 39 tage der erste ist dann hat man fucking 30 kann der mann oder was und zittert kenne ich zwar nicht ja ich kenne viele nicht weil wie schon erwähnt aber 10.000 millionen jahre ohne mensch aber er macht der wird bestimmt der mensch auch du machen ich habe den gerade nur 43 dem ich gemacht ist obwohl ja ein bisschen der mensch geht der macht mir nicht so viele menschen mehr okay ich muss auf jeden fall seine donor kacke versuchen zu entkommen ja easy bitch hey wieso mein gott meine fähigkeiten ich komme noch nicht so ganz gut klar ich mache den weg glaube ich mal oder ja er könnte mich weg wissen ich glaube er wird mich auch weg wissen aber ehrlich leute ich habe so ein bisschen ja ja okay dann rennen wir halt der hatte bock zu rennen wenn wir kommen ich glaube ich habe ein bisschen mehr lehre weiß du also nö das finde ich schlecht die trifft auch rein gar nichts also sein aim ist um bitch ich denke mal er sollte eigentlich sacken ja okay das hätte ich nicht abbekommen dürfen ist ja auch scheißegal fuck fuck okay das war das war das war nicht schön aber ich habe eine kleine regeneration also passt ihr auch ich sag mal so ich weiß nicht wie viel leben der hat ich weiß nicht weiß nicht wenn ich jetzt noch ein paar mal diesen shit abbekomme genau diesen dann sollte ich das vielleicht nicht gewinnen noch fünf sekunden mal schauen ich stand der mann mit dem er kein damage macht okay keine heilung mehr möglich ich darf den schaden ich habe komme ich darf den schaden ich habe bekommen sogar boom bitch easy life bitches easy life ab geht's zweite runde ich sage ich darf nicht sein blitzer bekommen der hat auch blitz oder so geskillt irgendwie ist ja ein bisschen komisch ich bin ich habe jetzt meine ganze entkommen scheiße weggeballert okay ich hoffe ihr hört das nicht das ist mein telefon aber juckt euch nicht glaube ich mal ich darf den blitz nicht abbekommen ich darf den blitz nicht abbekommen ja und das darf ich natürlich auch bekommen der hat 4k damage gemacht pipa po ja genau das meine ich easy ja ich muss den wächter nein 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 what the fuck du schwanzlutscher alter ich habe in dem scheiß wächter nicht mal bemerkt dass der einen scheiß blitz gemacht hat ich will auch diese ganzen schönen sachen man haben alter diese scheiß strahl ist auch gg blät ist richtig gg warum werde ich ich bin jetzt hier ich mich okay passt schon sauber oi blät okay das war dumm das war dumm aber gut sein wächter schielt mich das ist sehr schön ich denke wieder mal ich muss den wächter weg ficken okay ich war schon wieder mal wenn ich wenn ich den blitzen kommen kann dann passt das blät easy bitch wie viel leben 639 leben auf jeden fall gg und gg lucius ich bin damit zufrieden ich bin damit sogar sehr zufrieden leute ehrlich ein bisschen steine wenn ich nicht ich kann noch besser werden ich bin mir sicher und ich hier kostet diese festus kacke warte bekommt man sie ich guck mal kurz blablabla du findest die gewusst kalender chips in games von geburtstagseiern oder kann sie bei festus kaufen okay gut alles klar welcher missgeburt gg lucky dice nein wer bist du keiner bestimmt einer von diesen missgeburten oder ich gehe vielleicht paar eier öffnen mal schauen ob irgendwas geiles rauskommt so leute ich immer sagen das was wieder mal mit dem typischen behinderten folgen von mir ich hoffe das hat euch trotzdem gefallen ich werde nächstes mal glaube ich mehr pvp machen ich weiß es hier mehr pvp wünscht so haut rein viel spaß beim zocken wir sehen uns in game